Hi Leute, ganz kurz, denn ich bin wieder ein bisschen krank, nur die wichtigste Info. Das letzte Video mit meinem S7 Projekt, das bleibt so bestehen, aber die Umfrage funktioniert irgendwie nicht, keine Ahnung. Man kann zwar voten, aber man sieht keine Ergebnisse. Deshalb hier unter diesem Video nochmal einen Link zu einer neuen Umfrage, die scheint zu funktionieren. Deshalb bitte stimmt dort nochmal ab, ob ihr die Videos vom S7 Projekt in Deutsch oder in Englisch sehen würdet. So guys, short video, because I'm a little bit sick again. The last video concerns my information about the S7 Project, which is going to start in the middle of April. It will stay like this, but the Straupole did not work. So, under this video you will have another Straupole-Link, and there I ask you to vote again, if you'd like to have those videos about this project in German or English. Ja, dankeschön, thanks, haut rein, machte tschüss und servus, hasta lvisa, baby.